... Darum spielen. Du willst darum spielen? Ja, ja, dein kleines Fernsehspielchen. Ich wette, ich knacke deinen Rekord. Was gibt's für ein Spiel, please? Du glaubst, du knackst meinen Rekord in meinem kleinen Fernsehspielchen? Ja, ich glaube, du hast Angst. Du weißt ja nicht mal, wie es heißt. Ich muss nicht wissen, wie es heißt. Crash Bandicoot 1. Er rennt und springt umher und darin bin ich ein Naturtalent. Crash Bandicoot? Rennen, Springen, Playstation 1, Naughty Dog? Crash Bandicoot? Oh, wie geil wird das dann? Aber das sind die Schüsse leer. Hohohohoho. Ho, mit Sound. Schüttetis, please. Oh mein Gott, wie geil. Ich warte das Rausschnippeln und ich warte das Highlighten und ich warte das... Wie geil ist der Scheiß? Es ist Baby-Ko-Power. Wie geil ist der Scheiß? Nein, nein, nur... Äh... Alter. Wie kriegt man es zum Laufen? Mit der Musik. Das wusste ich. Ich hab's. Oh, wie geil. Okay. Lauf auf die Kamera. Ich will spielen. Zur Kamera laufen. Ich will mit dem Steuerkreuz spielen. Das geht da nicht. Hahahaha. Please. Please. War cancer. Oh mein Gott. Wie geil ist der Scheiß? Wie geil ist der Scheiß? Alter Falter. Hahahaha. Alter, ich bin gerade... Ach Gott, komm schon. Ah, gut gemacht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Was ist das? Rucks? Oh. Komm schon. Nochmal. Please. Wisst ihr eigentlich, dass es ja Gerüchte geben soll, dass Naughty Dog an einem neuen Bandicoot-Teil schraubt und bastelt? Ach Gott, wie geil ist denn der Shit? Wo ist denn Zeeland? Zeeland ist doch auch so ein Bandicoot-Fan, oder? Das sieht nicht wie ein Boy-Dirks aus. Hast du schon mal eingesehen? Ich dachte Crash ist ein Wüsten-Fuchs. Ich bin doch drüber gejumped. Nein, bin ich nicht. Da spielt ein Spiel in einem Spiel. Nachbar geht ab wie ein kleines Kind. Ja, ich bin großer Bandicoot-Teil-Fan. Please. Aber es müsste, ich wollte gerade sagen, ein Remake. Also ein, ein, wie im alten Stil, ein Bandicoot-Teil sein. Ich dachte, er ist ein Wüsten-Fuchs. Warum? Seht ihr das? Er springt doch drüber. Ich will nochmal. Ich will das nochmal machen. Please. Ihr habt doch gesehen, dass ich bin doch im richtigen Augenblick gesprungen. Please. Ein Playstation 2, welchen hast du denn? Ich bin doch im richtigen Augenblick abgesprungen. Nein, nichts geschlechtsverkehriges. Wir wollen Bandicoot spielen. Komm schon. Ach Gott. Ich bin ja sogar gehypt von Final Fantasy VII. Also das will ich auch. Aber weiß man schon einen Termin? Und du? Ich bin Bandicoot. Bandicoot. Ähm. Echt jetzt? Vielleicht können wir nochmal zur Playstation hin. Wirf sie runter. Geh zur Playstation. Da liegt der Controller. Nimm den Kon... So.